William Shakespeare Viel Lärm um nichts Im Palast zu Messina lebten einst zwei edle Jungfrauen, die hießen Hero und Beatrice. Hero war die Tochter und Beatrice die Nichter von Leonardo, dem Stadthalter von Messina. Beatrice hatte eine lebhafte Natur und ergötzte ihre Mume Hero, die ernsterer Gemütsart war, gern mit lustigen Schwenken. Was sich auch immer ereignen mochte, die fröhliche Beatrice fand sicher Gelegenheit zum Spott. Zur Zeit, wo die Geschichte dieser beiden Damen beginnt, zogen durch Messina einige Jünglinge von hohem militärischem Rang auf der Heimkehr aus einem eben beendeten Kriege, in dem sie sich durch ihre große Tapferkeit ausgezeichnet hatten und kamen zu Leonardo, um ihm einen Besuch zu machen. Unter diesen war Don Pedro, der Prinz von Aragonien, und sein Freund Claudio, ein Edelmann aus Florenz. Mit ihnen kam auch der übermütige und witzige Benedikt, der ein Edelmann von Padua war. Diese Edelleute waren früher schon einmal in Messina gewesen und der gastfreie Stadthalter führte sie seiner Tochter und seiner Nichte als ihre alten Bekannten und Freunde vor. Benedikt begann, sobald er das Zimmer betreten hatte, sich lebhaft mit Leonardo und dem Prinzen zu unterhalten. Beatrice nun konnte es nicht leiden, wenn man sie in irgendeinem Gespräch nicht berücksichtigte und unterbrach Benedikt mit den Worten »Ich wundere mich, dass ihr noch immer schwatzt, Senior Benedikt. Niemand hört auf euch!« Benedikt war gerade so ein Brausekopf wie Beatrice und also nicht sehr erbaut von dieser Keckenanrede. Er meinte, es stehe einem wohlerzogenen Fräulein nicht zu, so schnippisch zu sein. Auch fiel ihm ein, dass Beatrice, als er zuletzt in Messina gewesen war, ihn zur Zielscheibe ihres Spottes zu machen pflegte. Es versteht aber gewöhnlich niemand so schlecht einen Spaß, als wer sich gegen andere gern etwas herausnimmt. Und so war es auch mit Beatrice und Benedikt. Diese beiden Witzbolde waren sich auch früher nie begegnet, ohne dass ein förmliches Scharmützel von Spöttereien unter ihnen anhob. Und sie trennten sich denn auch jedes Mal gründlich verärgert übereinander. Als Beatrice ihn also mitten in seiner Rede unterbrach und ihm zu verstehen gab, dass niemand seinen Worten Aufmerksamkeit schenke, so tat Benedikt, als ob er sie bisher überhaupt noch nicht bemerkt hätte und sagte, »Na nun, Mamsell Übermut, da seid ja auch ihr!« Und nun ging es wieder zwischen ihnen los und ein langes Geplänkel folgte. Beatrice sagte dabei unter anderem, obwohl sie wusste, dass er seine Tapferkeit im letzten Kriege so ausgezeichnet bewiesen hatte, sie wolle alle aufessen, die er getötet habe. Und da sie bemerkte, dass der Prinz gefallen fand an Benedikts Unterhaltung, nannte sie ihn »des Prinzen Hofnarren«. Dieser Spott verletzte Benedikt tiefer als alles, was Beatrice vorher gesagt hatte. Wenn sie ihm einst damit versetzen wollte, dass sie ihn als Freikling kennzeichnete, da er sich ja erbot, die von ihm Besiegten aufzuessen, so konnte sie ihn nicht treffen, denn er wusste nur zu gut, wie tapfer er sich geschlagen hatte. Aber nichts kann ein Witzbold so schlecht vertragen, als wenn er als Narr bezeichnet wird. Vielleicht, weil ein Körnchen Wahrheit darin ist. Deshalb faßte auch Benedikt einen förmlichen Hass gegen Beatrice, weil sie ihn Hofnare genannt hatte. Die sanfte Hero schwieg vor den edlen Gästen und während Claudio aufmerksam beobachtete, wie die Zeit ihre Schönheit gereift und die Anmut ihrer zarten Gestalt erhöht hatte, denn sie war ein wunderschönes Jungfräulein geworden, ergötzte sich der Prinz an den launigen Gesprächen zwischen Benedikt und Beatrice und da flüsterte Leonato zu, was für ein witziges Mädchen, sie wäre eine ausgezeichnete Frau für Benedikt. Leonato erwiderte auf diese Äußerung, beileibe nicht euer Gnaden, die hätten sich bereits eine Woche nach der Hochzeit gegenseitig verrückt gemacht mit Schwatzen. Wenn nun noch Leonato der Meinung war, dass die beiden kein gutes Paar abgeben würden, befestigte sich doch bei dem Prinzen der Plan, diese beiden Hitzköpfe miteinander zu verheiraten. Als der Prinz mit Claudio aus dem Palast zurückkehrte, entdeckte er, dass die Ehe, welche er zwischen Benedikt und Beatrice plante, nicht die einzige war, die in dieser munteren Gesellschaft sich vorbereitete. Denn Claudio sprach in solchen Ausdrücken von Hero, dass der Prinz erraten konnte, was in seinem Herzen vorging. Das gefiel ihm sehr, und er sagte zu Claudio, Liebt ihr, Hero? Und auf diese Frage erwiderte Claudio, Oh, mein Fürst, als ich das letzte Mal in Messina war, sah ich sie mit eines Kriegers Augen an und drängte die aufkeimende Liebe zurück. Aber jetzt, in diesen glücklichen Friedenszeiten, haben die Kriegsgedanken den Platz geräumt und süße, zärtliche Zutritt erhalten, die mir alle sagen, wie schön Hero ist. Jetzt weiß ich auch, dass ich sie liebte, schon ehe ich in den Krieg zog. Claudios Geständnis seiner Liebe machte solchen Eindruck auf den Prinzen, dass er unverzüglich Leonato um seine Zustimmung bat, Claudio als Schwiegersohn anzunehmen. Leonato ging auch auf diesen Vorschlag ein und es fiel ihm nicht schwer, die schöne Hero selbst zu überreden, der Werbung des edlen Claudio, der ein Edelmann von seltenen Gaben und hoher Bildung war, Gehör zu geben. Claudio erlangte auch mit Beistand seines gütigen Prinzen bald von Leonato, dass er einen Tag zu der Feier der Hochzeit mit Hero festsetzte. Er sollte nur noch wenige Tage bis zur Vermählung mit seiner schönen Braut warten. Dennoch beklagte er sich über die Wartezeit, die ja bekanntlich junge Leute sehr ungeduldig werden lässt, wenn sie auf die Erfüllung von etwas, woran sie ihr Herz gehängt haben, warten müssen. Um ihm das Warten zu verkürzen, schlug der Prinz einen lustigen Zeitvertreib vor. Sie wollten irgendeine kluge List ersinnen, um Benedikt und Beatrice ineinander verliebt zu machen. Claudio ging mit großem Vergnügen auf diesen Streich des Prinzen ein und Leonato versprach ihnen seinen Beistand. Und selbst Hero wollte ihr bescheidenes Teil daran tun, um ihrer Mume zu einem guten Ehegespons zu verhelfen. Das Prinzenplan bestand aber darin, dass die Herren Benedikt einreden sollten, Beatrice liebe ihn und Hero sollte Beatrice von Benedikts Liebe zu ihr überzeugen. Der Prinz, Leonato und Claudio gingen auch sogleich ans Werk. Sie passten eine günstige Gelegenheit ab, als Benedikt ruhig in einer Laube saß und las. Der Prinz und seine Helfer setzten sich ganz in seiner Nähe ins Gebüsch, so, dass Benedikt alles hören musste, was sie sagten. Nach ein paar gleichgültigen Redensarten sagte der Prinz, Übrigens, Leonato, was war das doch, dass ihr mir gestern erzählt habt, dass eure Nichte Beatrice in Signor Benedikt verliebt sei. Ich hätte es nie geglaubt, dass das Fräulein je einen Mann lieben könnte. Nein, ich auch nicht, antwortete Leonato. Es ist erstaunlich, wie sie gerade nach Signor Benedikt schmachtet, wo sie doch nach außen tut, als ob sie ihn nicht leiden könnte. Claudio stimmte auch mit ein und sagte, dass Hero ihm erzählt habe, Beatrice sei so in Benedikt verliebt, dass sie gewiss vor Kummer sterben würde, wenn er ihre Liebe nicht erwiderte. Leonato und Claudio schienen aber überzeugt, dass dies unmöglich sei, da er ja das schöne Geschlecht von je verspottet hätte und ganz besonders Beatrice. Der Prinz stellte sich, als ob er alles dies mit der größten Teilnahme für Beatrice anhöre und sagte, es wäre gut, wenn das Benedikt er führe. Wozu? meinte Claudio. Er würde sich doch nur darüber lustig machen und das arme junge Mädchen nur noch Ärger quälen. Wenn er das täte, sagte der Prinz, so verdiente er wirklich, aufgehängt zu werden, denn Beatrice ist ein herrliches, liebes Mädchen und sehr klug, außer in ihrer Liebe zu Benedikt. Darauf bedeutete der Prinz seinen Gefährten, dass sie fortgehen und Benedikt dem Nachdenken über das Erlauschte überlassen wollten. Benedikt hatte dieser Unterhaltung sehr aufmerksam zugehört und als er hörte, dass Beatrice ihn liebe, sagte er sich, Ist's möglich? Weht der Wind daher? Und als sie fort waren, hielt er folgendes Selbstgespräch. Das kann keine Posse sein. Das Gespräch war zu ernsthaft geführt. Was Hero sagt, ist glaubwürdig und sie scheinen das Fräulein zu bedauern. Verliebt in mich. Das muss vergolten werden. Ich wollte eigentlich nie heiraten, aber als ich erklärte, ich wollte als Junggeselle sterben, meinte ich, ich würde gar nicht so lange leben, bis ich heiratete. Sie sagen, sie sei tugendhaft und schön. Ja, das ist sie. Und klug, außer in der Liebe zu mir. Nun, das scheint mir noch kein Beweis von Dummheit. Aber da kommt Beatrice, beim Sonnenlicht. Sie ist schön. Ich verspüre schon Anzeichen der Liebe an ihr. Beatrice kam alsbald auf ihn zu und sagte mit ihrer gewöhnlichen Schärfe, Gegen meinen Willen bin ich hierher geschickt, euch zu Tisch zu rufen. Benedikt, der früher nie höflich mit ihr sprechen konnte, antwortete, Holde Beatrice, ich danke euch für eure Mühe. Und als Beatrice ihn nach zwei, drei bissigen Redensarten verließ, glaubte Benedikt versteckte Güte aus ihren rauen Worten herauszuhören. Und er sagte laut, Wenn ich kein Mitleid mit ihr habe, so bin ich ein schlechter Kerl. Wenn ich sie nicht liebe, so bin ich ein schlechter Mensch. Ich muss ein Bild von ihr haben. Nachdem der Edelmann so in dem Netz, das für ihn aufgestellt, gefangen war, kam jetzt die Reihe an Hero Beatrice zu umgarnen. Deshalb ließ sie Margarete und Ursula, zwei Frauen, die sie bedienten, holen und sagte zu Margarete, Lauf, Margarete, eilig in den Saal. Dort wirst du meine Mumme Beatrice mit Claudio und dem Prinzen im Gespräch finden. Flüstere ihr ins Ohr, dass ich und Ursula im Garten sind und unser Gespräch sich um sie dreht. Sag ihr, sie solle sich in den Laubengang schleichen, wo Geißblattranken durch die Sonne erhöht, gleich undankbaren Günstlingen der Sonne den Eingang verbieten. Dieselbe Laube aber, in welche auf Heroes Befehl Margarete die Beatrice locken sollte, hatte vor einem Weilchen auch Benedikt als Lauschposten gedient. Oh, ich locke sie gleich her, verlasst euch drauf, entgegnete Margarete. Darauf nahm Hero Ursula mit in den Garten und sagte zu ihr, Wenn Beatrice jetzt kommt, Ursula, lass uns in diesem Gang auf und ab gehen und einzig und allein von Benedikt sprechen. Wenn ich ihn nenne, musst du ihn über den grünen Klee loben, wie noch kein Mann gelobt worden ist. Ich erzähle dir dann, dass Benedikt bis über beide Ohren in Beatrice verliebt sei. Jetzt fang an, denn sieh nur, Beatrice schleicht wie ein Kiebitz dicht am Boden hin, um uns zu belauschen. Dann fingen sie an. Hero tat, als ob sie auf eine Frage von Ursula antwortete. Nein, wahrlich, Ursula, sie ist zu absprechend. Ihr Sinn ist spröde, gleich den wilden Vögeln, die auf den Felsen horsten. Seid ihr aber auch sicher, nahm Ursula das Wort. Seid ihr sicher, dass Benedikt Beatrice so glühend liebt? Hero antwortete. So sagt der Prinz und auch mein Bräutigam Claudio. Und sie hießen mich, es ihr zu entdecken. Ich rede ihnen jedoch, wenn sie Benedikt liebten, Beatrice nie etwas davon hören zu lassen. Gewiss, erwiderte Ursula, es wäre nicht gut, erführe sie von seiner Liebe, denn sie triebe doch nur ihren Spott mit ihr. Um die Wahrheit zu sagen, sprach Hero, ich sah noch keinen Mann so klug, so edel, so jung und wohlgebaut, aber sie findet immer etwas auszusetzen. So scharfer Spott ist nicht empfehlenswert, entgegnete Ursula. Nein, erwiderte Hero, wer darf sie aber sagen? Wenn ich sie sage, lacht sie mir ins Gesicht. Oh, tut eurer Mumen nicht solch Unrecht an, fuhr Ursula fort. Sie kann unmöglich so töricht sein und die Werbung eines so hervorragenden Mannes wie Signore Benedikt ausschlagen. Er hat einen ausgezeichneten Ruf, sagte Hero. Er hat nicht seinesgleichen in Italien, ausgenommen, mein Claudio. Hier gab Hero ihrer Dienerin ein Zeichen, dass es Zeit sei, das Gespräch auf etwas anderes zu bringen und Ursula fragte, was macht ihr eigentlich mit eurer Hochzeit, Fräulein? Und Hero erzählte ihr so dann, dass ihre Vermählung mit Claudio am nächsten Tag stattfinden sollte und bat sie, mit ihr hereinzugehen, um ihre neuen Kleider zu besehen und ihr zu raten, welches sie für den Hochzeitstag wählen sollte. Beatrice aber hatte diesem Gespräch mit atemloser Spannung zugehört und rief, als sie fort waren, aus. Wie klingen meine Ohren? Ist es denn wahr? Schmähsucht und Stolz und Mädchensprödigkeit? Lebt wohl! Lieb, Benedikt, ich will dich lohnen und zähmen auch mein Herz an deiner Hand. Es muss ein sehr ergötzlicher Anblick gewesen sein, wie die beiden Kampfhähne sich in neu gebackene liebende Freunde verwandelten und ihre erste Zusammenkunft mit anzuschauen, nachdem sie durch den Schelmenstreich des launigen Prinzen zu gegenseitiger Liebe gebracht waren. Nun aber kommt die Erzählung zu einer verhängnisvollen Wendung in Heros Glück. Der Morgen des Tages, der ihr Hochzeitstag werden sollte, brachte nämlich dem Herzen Heros und ihres guten Vaters Leonato viel Kummer. Der Prinz hatte einen Halbbruder, der mit ihm aus dem Kriege nach Messina zurückgekommen war. Dieser Bruder, der Don Juan hieß, war ein finsterer, unzufriedener Mann, dessen Geist anscheinend immerfort alle erdenklichen Schlechtigkeiten ersann. Er hasste den Prinzen, seinen Bruder, und hasste Claudio, weil er des Prinzen Freund war, und beschloss, Claudios Vermählung mit Hero zu verhindern, allein um des boshaften Vergnügenswillen, Claudio und den Prinzen unglücklich zu machen. Denn er wusste wohl, dass dem Prinzen dieser Heirat ebenso am Herzen lag wie Claudio selbst. Um seinen bösen Vorsatz auszuführen, stellte er einen gewissen Boracchio an, einen Schlechtigkeit ihm ebenbürtigen Menschen, den er durch das Versprechen einer großen Belohnung anfeuerte. Dieser Boracchio machte Margareten, der Kammerfrau Heros, den Hof. Don Juan, der dies wusste, vermochte ihn dazu, Margarete das Versprechen zu entlocken. Sie wollte in der Nacht, wenn Hero schliefe, mit ihm aus ihres Fräuleins Kammerfenster sprechen und Heros Kleider dabei anziehen, um Claudio recht in dem Glauben zu bestärken, dass sie Hero selber sei. Denn dies war der Zweck, den er durch seinen schändlichen Plan zu erreichen hoffte. Don Juan begab sich als dann zum Prinzen, und zu Claudio und erzählte ihnen, was für ein schamloses Geschöpf Hero sei und dass sie mit Männern aus ihrem Kammerfenster spreche. Nun war dies die Nacht vor der Hochzeit und er bot sich ihnen, einen Platz nachzuweisen, wo sie Hero selber aus ihrem Fenster mit einem Mann sprechen hören könnten. Sie willigten auch ein, mit ihm zu gehen und Claudio sagte, wenn ich diese Nacht etwas sehe, weshalb ich sie morgen nicht heiraten möchte, beschäme ich sie öffentlich in der Versammlung, wo ich getraut werden soll. Und der Prinz sagte ebenfalls, und wie ich euch geholfen habe, sie zu gewinnen, so will ich euch nunmehr beistehen, sie zu entlarven. Als Don Juan sie darauf in der Nacht unweit von Heros Schlafgemach aufstellte, sahen sie Boracchio unter dem Fenster stehen, Margarete aus Heros Fenster schauen und hörten, wie sie mit Boracchio sprach. Da aber Margarete dieselben Kleider trug, die sie unlängst an Hero gesehen hatten, glaubten der Prinz und Claudio tatsächlich, dass es Hero selbst sei. Claudios Zorn war grenzenlos, als er diese vermeintliche Entdeckung gemacht hatte. Seine ganze Liebe für die unschuldige Hero war auf einmal in Hass umgewandelt und er beschloss, seine Drohung wahrzumachen und sie am folgenden Tage in der Kirche öffentlich bloß zu stellen. Auch der Prinz war damit einverstanden, denn er war der Ansicht, dass diese Nichtswürdige gar nicht hart genug bestraft werden könnte, weil sie am Vorabend ihrer Vermählung mit dem edlen Claudio sich aus ihrem Schlafzimmerfenster mit einem Mann unterhielt. Als am folgenden Tag alle versammelt waren, um der Trauung beizuwohnen, Claudio und Hero vor dem Priester standen und der Priester die Eheformel aussprechen wollte, beschuldigte Claudio plötzlich in leidenschaftlichen Worten die makellose Hero, die ganz verwirrt von seinen seltsamen Reden demütig fragte, Ist mein Herr nicht wohl? Das Irr erspricht. Leonardo fuhr den Prinzen tödlich erschrocken an. Warum redet ihr nichts, Prinz? Worauf der Prinz antwortete, Was sollte ich denn sagen? Ich stehe entehrt, dass ich behilflich war, den teuren Freund der Dirne zu verbinden. Leonato auf meine Ehre, ich selbst, mein Bruder und der arme Claudio haben diese Nacht gesehen und gehört, wie sie um zwölf mit einem Mann aus ihrem Kammerfenster sprach. Benedikt war verwundert über das, was er hörte dazwischen. Das sieht nicht gerade wie eine Hochzeit aus. Für wahr, oh Gott, rief die ins Herz getroffene Hero. Damit sank das unglückliche Fräulein ohnmächtig und allem Anschein nach Tod danieder. Der Prinz und Claudio aber verließen unverzüglich die Kirche, ohne zu sehen, ob Hero wieder zu sich käme oder sich weiter um die Trübsal zu kümmern, die sie über Leonato gebracht hatten. So hartherzig machte sie der Zorn. Benedikt aber blieb zurück und half Beatrice Hero aus wie geht es dem Fräulein ich fürchte sie ist tot erwiderte Beatrice in großer Angst denn sie liebte ihre Mume sehr auch glaubte sie nichts von den Beschuldigungen weil sie genau wußte wie tugendhaft Hero war nicht so der arme alte Vater er glaubte an die Schande seines Kindes und es war kläglich ihn über sie jammern zu hören trotzdem sie gleich einer toten vor möchte die Augen nie wieder öffnen der alte Priester aber war ein weiser Mann er hatte Hero während der schweren Beschuldigung aufmerksam beobachtet und schamröte und engelhafte unschuldvolle Blässe abwechselnd über ihr Gesicht huschen sehen auch sah er in ihrem Auge ein Feuer aufglühen welches die Anklage Lügen strafte die der Prinz gegen ihre Mädchen Ehre schleuderte und er sagte zu dem betrübten Leonato nennt mich einen Toren traut meinem Wissen nicht noch der Erfahrung traut meinem Alter nicht meinem ehrwürdigen Stand und heiligen Beruf wenn nicht dies süße Mädchen schuldlos hier liegt von giftigem Wahn getroffen als Hero aus ihrer Ohnmacht wieder erwachte sagte der Priester zu ihr Fräulein wer ist's mit dem man euch verklagt Hero antwortete das wissen die so mich verklagt ich weiß von keinem sich dann zu Leonato wendend sagte sie oh mein Vater wenn du entdeckst dass ein Mann je zur Unzeit mit mir gesprochen hat oder dass ich gestern Nacht ein Wort mit irgendwem gewechselt so kannst du mich verstoßen mich hassen mich zu Tode foltern ein seltsam Missverständnis sagte der Priester muss den Prinzen und Claudio irre führen dann rief er Leonato er solle das Gerücht verbreiten Hero sei tatsächlich tot was die todähnliche Ohnmacht in welche Sehero verlassen hätten unschwer glaubhaft machen würde er wies ihn ebenfalls an Trauerkleider anzulegen ein Grabmal für sie zu errichten und alles zu tun was zu einem Begräbnis gehöre wozu wozu aber alles fragte Leonato wo soll das hinaus der Priester antwortete die Nachricht von ihrem Tode soll Schmähung in Mitleid verwandeln das ist schon etwas aber nicht alles was ich hoffe wenn Claudio hört dass sie an seinen Worten gestorben ist so wird das Bild von ihrem Leben sich sanft in seine Fantasie schleichen dann trauert er wenn Liebe je sein Herz gehegt und wünscht er hätte nie sie so verklagt hielt er auch die Beschuldigung noch so wahr da fiel Benedikt ein und sagte Leonato folgt dem Rat des Priesters und trotzdem ich wie ihr wisst den Prinzen und Claudio liebe so will ich ihm doch auf Ehre das Geheimnis nicht verraten Leonato ließ sich also überreden willigte ein und sagte betrübt ich bin so voller Gram dass ich mich am schwächsten Faden lenken lasse der gute Priester begleitete Leonato und Hero dann fort um sie zu beruhigen und zu trösten und Beatrice und Benedikt blieben allein dies war also nun die Begegnung auf die sich die Freunde die die lustige Verschwörung angezettelt so gespitzt hatten dieselben Freunde die jetzt von Betrübnis überwältigt waren und alle Gedanken an Scherz für immer sich aus dem Sinn geschlagen zu haben schienen Benedikt brach 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 das schweigen und fragte fräulein Beatrice habt ihr die ganze zeit geweint ja und ich will noch länger weinen antwortete Beatrice ich glaube bestimmt sagte Benedikt dass eurer schönen Mume unrecht geschehen ach seufzte Beatrice wie sehr würde sich der Mann um mich verdient machen der ihr recht verschaffte Benedikt sagte darauf gibt irgendeine Möglichkeit diesen Freundschaftsbeweis zu erbringen ich liebe euch über alles in der Welt klingt das nicht seltsam ich könnte es ebenso gut sagen sprach Beatrice ich liebte euch über alles in der Welt aber glaubt mir nicht und auch lüg ich nicht ich will nichts gestehen aber auch nichts ableugnen mich jammert meine Mume bei meinem Schwert sagte Benedikt ihr liebt mich und ich schwöre dass ich euch liebe tragt mir bitte etwas auf was ich für euch tun soll tötet Claudio forderte Beatrice nein nicht um die weite Welt rief Benedikt denn er liebte seinen Freund und fürchtete er soll in eine Falle gelockt werden ist Claudio denn kein Schurke der meine Mume verleumdet beschimpft und entehrt hat rief Beatrice aus dass ich ein Mann wäre hört mich Beatrice flitte Benedikt aber Beatrice wollte nichts zu Claudios Verteidigung hören und sie fuhr fort Benedikt anzutreiben ihrer Mume schmach zu rächen und sagte mit einem Mann aus dem Fenster reden ein feines Geschichtchen süße Hero ihr wird Unrecht getan sie wird verleumdet ist vernichtet o wär ich ein Mann um Claudios Willen oder hätt ich einen Freund der um meinet Willen ein Mann sein wollte aber Männlichkeit hat sich in Höflichkeit und Schmeichelei verwandelt kein Wunsch macht mich zum Manne drum will ich als ein Weib vor Kummer sterben sei ruhig liebe Beatrice sagte Benedikt bei dieser Hand ich liebe dich braucht sie mir zuliebe zu etwas anderem als dabei zu schwören entgegnete Beatrice glaubt ihr bei eurer Seele Seligkeit dass Claudio an Hero Unrecht getan hat fragte Benedikt ja antwortete Beatrice so fest wie an meinen Geist und meine Seele genug sagte Benedikt hier ist mein Wort ich fordere ihn heraus mit diesem Handkuss will ich euch verlassen Beatrice bei dieser Hand Claudio soll mir schwer zahlen wie ihr von mir gehört so denkt von mir geht tröstet eure Mume wer während Beatrice so eindringlich mit Benedikt sprach und seine ritterlichkeit durch ihre leidenschaftlichen Worte sogar zu einem Zweikampf für Hero mit seinem teuren Freund Claudio entflammte forderte bereits Leonato den Prinzen und Claudio heraus mit ihren Schwertern Antwort auf den Schimpf zu geben welche sie seinem Kinder angetan das nach seinen Worten vor Kummer gestorben sei aber sie achteten seines Alters und seines Schmerzes und sagten nein alter Herr sucht keinen Streit bei uns nun kam auch Benedikt und forderte Claudio ebenfalls heraus mit seinem Schwerte für die Hero angetane Schmach einzustehen dazu hat ihn Beatrice angestiftet sagten der Prinz und Claudio zueinander Claudio hätte aber dennoch Benedikts Forderung annehmen müssen wenn nicht die Gerechtigkeit des Himmels in diesem Augenblick einen besseren Beweis für Heros Unschuld erbracht hätte als den ungewissen Ausgang des Zweikampfs denn während der Prinz und Claudio noch über Benedikts Kampf Ansage sprachen führte ein Gerichts Diener Boracchio als Gefangenen vor den Prinzen Boracchio war nämlich dabei belauscht worden wie er zu einem seiner Kameraden von dem Schurkenstreich erzählte zu dem Don Juan ihn gedungen hatte Boracchio gestand nunmehr in Claudios Gegenwart dem Prinzen alles ein dass es Margarete in ihrer Herrin Kleidern gewesen sei mit der er vor ihrem Fenster gesprochen habe und die sie fälschlich für Hero selbst gehalten hätten und das herrschte folglich in Claudio und dem Prinzen kein Zweifel mehr an Heros Unschuld wäre dennoch ein Argwohn geblieben so hätte er durch die Flucht Don Juans zerstreut werden müssen als er nämlich seine Schlechtigkeiten entdeckt sah entfloh er von Messina um dem gerechten Zorn seines Bruders zu entgehen Claudio aber war dass er Hero fälschlich beschuldigt hatte und dass sie wie er meinte an seinen grausamen Worten gestorben war und das Bild seiner geliebten Hero trat vor seiner Seele wie er sie zuerst geliebt hatte als ihn der Prinz nach obendrein fragte ob das was er höre ihm nicht wie ein Stich durchs Herz ginge gab er zur Antwort es sei ihm während Boracchios Geständnis zumute gewesen als hätte er Gift genommen reumütig flehte er daher den alten Leonato um Vergebung an für die Beleidigung die er seinem Kinder angetan und versprach aus Liebe zu ihr jede Buße willig zu ertragen die Leonato ihm dafür auferlegen würde dass er die falschen Anklagen gegen seine verlobte Braut geglaubt habe die Buße die Leonato ihm auferlegte bestand aber darin dass er am nächsten Morgen eine Mume Heros heiraten solle die wie er sagte jetzt seine Erbin und Hero sehr ähnlich sei eingedenk seines feierlichen Versprechens fand Claudio sich auch bereit dies unbekannte Fräulein zu ehelichen selbst wenn es eine Mohrin sei aber sein Herz war betrübt und er verbrachte die Nacht in Tränen und kummervoller Reue am Grabmal welches Leonato für Hero errichtet hatte als der Morgen kam begleitete der Prinz seinen Freund Claudio in die Kirche wo der gute Mönch Leonato und seine Nichte schon versammelt waren um die zweite Hochzeit zu feiern und Leonato führte Claudio die versprochene Braut vor sie trug aber eine Maske damit Claudio ihr Gesicht nicht erkennen möchte Claudio sagte als dann zu dem maskierten Fräulein gebt mir die Hand vor diesem würdigen Priester wenn ihr mich wollt so bin ich euer Gatte und als ich lebte war ich dein anderes Weib sagte die Unbekannte nahm die Maske ab und entpuppte sich nicht als die angebliche Nichte sondern als Hero selbst Leonatos Tochter dies war nun aber eine sehr angenehme Überraschung für Claudio der sie tot geglaubt hatte so dass er nun kaum vor Freude seinen Augen trauen konnte der Prinz verwunderte sich gleichfalls über die Maßen bei diesem Anblick und rief aus ist das nicht Hero die gestorben darauf erwiderte Leonato sie war tot oh Herr solange die Schmach noch lebte der Mönch versprach dann eine Erklärung des scheinbaren Wunders sobald die Vermählungsfeierlichkeiten vorüber wären und er wollte gerade mit der heiligen Handlung beginnen als er von Benedikt unterbrochen wurde der zu gleicher Zeit mit Beatrice vermählt sein wollte da indessen Beatrice Einwendungen machte sagte Benedikt ihr ins Gesicht er wisse ja von Hero dass sie ihn liebe und nun kam alles an den Tag sie erkannten dass sie mit List und Tücke zum Glauben an eine Liebe die überhaupt nicht vorhanden verführt worden und darüber zu treuen Liebenden geworden waren aber die Neigung die ein lustiger Einfall ihnen angedichtet hatte war nunmehr zu stark als dass sie durch eine ernstliche Auseinandersetzung erschüttert werden konnte und seitdem Benedikt sich einmal vorgenommen hatte zu heiraten kümmerte ihn wenig was etwa die Welt dazu sagen möchte er setzte den Spaß vielmehr fröhlich fort und schwur Beatrice dass er sie nur aus Mitleid genommen habe und weil er gehört hätte sie stürbe aus Liebe zu ihm Beatrice beteuerte nun ihrerseits dass sie nur auf dringendes Zureden nachgegeben habe zum Teil auch um sein Leben zu retten denn sie hätte gehört er verzehre sich nach ihr so söhnten sich also diese beiden Witzbolde miteinander aus und wurden ebenfalls ein glückliches Paar nachdem Claudio und Hero getraut worden waren zum Schluss wurde auch noch Don Juan der Anstifter des Schurkenstreiches auf der Flucht ergriffen und wieder nach Messina gebracht und es war die gerechte Strafe für diesen finsteren unzufriedenen Menschen das Glück und die Festfreude mit ansehen zu müssen die nun durch die vereitlung seines bösen Anschlags im Palast zu Messina herrschten und die ansehen 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 Vielen Dank.